Ist Ihre Kondition nicht so sehr gut oder sind Sie vielleicht sogar Herzpatienten und haben vielleicht Medikamenten? Bleiben Sie daran! Ich habe für Ihnen einen Test, mit dem ich Ihnen gerne zeigen würde, wie man richtig bestimmen kann, wie die momentane Kondition ist und wie man gezielte Trainingsempfehlungen Ihnen geben kann. Bleiben Sie also dran! In vielen Fällen, wenn man als deconditionierte Person kommt oder vielleicht sogar als Herzpatient, tun sehr oft Physiotherapeuten, Trainer, aber auch Cardiologen sich sehr schwierig ein gezieltes Programm zusammenzustellen um Ihre Kondition zu verbessern. Auch bei einem Belastungs-EKG, bei einem Cardiologen, was ein sinnvoller Test ist, fehlt doch leider sehr oft die gezielte Trainingsempfehlungen wie Sie doch gezielte Ihre Training sollen steigern. Die Empfehlung, Sie müssen noch in der Lage sein, mit anderen reden zu können beim Trainieren, ist doch erfahrungsgemäß für viele Patienten, ja, leiden doch an ungenügenden Informationen. Ich bin persönlich der Meinung, dass man viel gezielter Informationen geben kann, um Ihre Kondition methodisch zu steigern. Die Erfahrung hat auch gelernt, dass Patienten oder Personen die kommen trainieren mit einem gezieltes Methodischen Programm, die gut protocolliert wird, wo ganz klar Richtlinien gegeben wurden, dass man methodisch ein viel besser Aufbau hat und was auch das Selbstvertrauen für den Patienten zu steigern, wovon ich der Meinung bin, dass das ein sehr wichtiges Element ist. Trainingsberechnungen, mit welchem Trainingspuls zu trainieren, stimmen bei vielen Patienten, die bloeddrucksenkende Medikamenten oder sogar Beta-Blockers haben, oft nicht. Mittels einem einfachen Lactat-Test, die ich nachher in der Video zeigen werde, kann man viel genauere Informationen geben. Blutdrucksenkende Medikamenten sorgen dafür, dass Ihre Herzfrequenz tiefer ist als normal. Das ist dann auch der Grund, wieso die meisten Formeln nicht stimmen. Lactat wird aber nicht beeinflusst durch Medikamenten. Wenn ich bei einem Belastungstest, wie nachher auch im Video zu sehen ist, kann ich an den Lactatwerten sehen, was ist das momentan Belastungspuls vom Herz und ich kann sehen, wie viel Leistung in Watt die Person verbracht hat auf meinem Wello. Und gerade die Lactat- und Pulswert ist für mich sehr interessant, um nachher ein gutes Trainingsprogramm machen zu können. Bei Personen, die ich in der Reha trainiere und nicht so gut kenne, möchte ich sie im Test nicht weiter belasten als die 4-millimol-Grenze. Man nimmt das ein bisschen die anaerobische Schwelle, das heißt zwischen leichter Basistraining oder etwas intensiveres Training. Wenn ich nicht gut kenne, dann lieber etwas vorsichtiger anfangen. Das ist das Material, was ich dazu benötige. Ich habe hier ein Blutdruckmesgerät, Sauerstoffzettigung, Lactatmesgerät mit zwei Handschuhen, Lactatstreifen, eine Nadel mit welchem ich im Ohr oder im Finger diese Messung durchführen kann. Und ich habe hier mein Testprotokoll. Ich mache erst mal eine Blutdruckmessung im Ruhe. Jetzt bist du in drei Minuten hier mal sitzen geblieben. Die Blutdruck kommt ein bisschen runter. Ich mache erst mal diese... Warmen machen ist vorbei. So, also. Komm mal den Arm da durch. Um 87. Also. Dann nehme ich das mal wieder weg. Gut. Beim Test geht es um einen drei Minuten Belastungstest. Wir fangen zehn die drei an. Ja? Und dann schauen wir, was die Lactatwerten sind. Lactatwerten sind. Lactatwerten sind die Sauerheidsgraad von deiner Muskulatur. Wo wir sehen, dass es für dich immer intensiver wird. Die Test kannst du zu jeder Zeit abbrechen. Das heißt, wenn du merkst, dass du es nicht mehr machst, oder das Gefühl... He? Dann sagst du sofort, dann machen wir gerade Stop. Oder wenn ich bei den Test sehe, dass dieser Lactat über ein bestimmter Wert kommt. Ich nehme das vier Millimol. Ein zogenaamter Schwellepunkt. Dann würde ich die Test auch abbrechen. Ja? Bei den Test möchte ich, dass du immer nach der Test, zu sagen, wie ist die Intensität für dich nach diesen drei Minuten. Ist es für dich sehr stark? Oder sehr locker? Oder ein wenig her? Dann kannst du mir sagen, wie für dich das Empfinden ist. Ja? Das ist gut. Gut. Gehen wir rüber zum Velo. Bei zwei fangen wir mal an. Ja? Jetzt versuchst du hier, bei den Umdrehungen per Minute, zwischen 60 und 65 Umdrehungen per Minute zu fahren. Ja. Dann haben wir fast drei Minuten gefahren. Wie würdest du jetzt einschätzen vom Intensität hier? Locker. Locker, also elf. Ja. Ja? So elf. Das hat zu 47 Watt. Und der Herzfrequenz ist 111. Siehst du das? Ja. So. So. 1,7. Sehr gut. Jetzt fahren wir ruhig weiter. Gehen wir eine Stufe weiter, ja? Ja, gehen wir jetzt auf 15. 15? Ja. Puls 150. Das ist 120, 150. Watt 95. 4,8. Okay, gut. Kannst du ein bisschen langsamer fahren jetzt, ja? Und ein bisschen runterkommen. Drei Minuten vollständige Pause, ja? Und du kannst langsam zum Tisch ankommen. Die Belastungstest hat jetzt so ergeben, dass bei dem 5. Level, so Level 5, bei der Leistung von 88, die Testperson 3,0 Millimoll Laktat im Blut hat. Das hat ergeben, dass er hier einen Belastungspuls hat von 130. In dem nächsten Level hat er 4,8, wo er dann über diese anaerobische Schwelle gegangen ist. Und eine Herzfrequenz hätte von 150. So, das heißt, für das erste Mal, wo ich ihn jetzt getestet habe, dass meine Trainingsempfehlung für ihn wäre, einen Belastungspuls zu haben, zwischen 120 und 130. Das würde bedeuten, dass er jetzt nun bei uns im Training kommt, dass er für uns ein Trainingsprogramm bekommt, was in dieser Herzfrequenz ist. Dieses Ausdauertraining macht er dann kombiniert mit einem gezielten Krafttraining, um seine Belastbarkeit zu steigern. Und die Test würden wir dann erneut wieder machen in zwei Monaten. Möchten Sie mehr erfahren über das Thema Ausdauer? Hier oben habe ich die nächste Video eingeblendet. Gerne lade ich Ihnen ein, diese anzuschauen. Ich hoffe, dass die Video Ihnen gefallen hat. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, eine gute Besserung und bleiben Sie fit. Besten Dank.